Und das war eine Riesentat von Tim Wolf. Serask mit dem optimalen Abschluss auf den Beinschoner und dann ist Sprunger, der vergibt, weil da eben Tim Wolf wunderbar reagiert mit dem Schlittschuh. Riesentat. De Le Mans, De Le Mans, De Le Mans, super gespielt! Und jetzt ist Wüthrich wieder da! De Le Mans, super dieser Pass da, durch zwei, Berner durch und dann ist er schnell in der Ecke und das schaut natürlich spektakulär aus. Lamyko, zwei gegen eins, Texier! Eschliemann, Teufelskerl! Gibt es denn so was? Was für ein Save von Sandro Eschliemann. Sprechchöre für den Torhüter und die hat er sich verdient, 28-Jährige. Riesengelegenheit. Die Spiele, da hingen Sie auch groß im dünnsten Moment, fällt der Hub vor, vorne aufs Dünner und aufs Forderung verliebt Cianone zur Stelle! Ein 2 gegen 0, nicht einmal werden. Keine Medaille steht. Treffen, wieder Abas Wieler, das Tor. Cianone, Goldrichtig, liest das Spiel da perfekt. Noch einmal Cahun und dann dauert es etwas zu lange. Siebier hat das freie Tor vor sich. Dann können die Bieler befreien.